Es gab große Aufregung um Til Schweiger, der hat nämlich in seinem Urlaub einfach mal gepostet, in so einem kleinen Video, wie er eine Feuerqualle zerstört. Und das hat heftige Reaktionen bei Tierschützern ausgerufen, die gesagt haben, so geht es ja nicht. Ja, dann hat sich Til Schweiger eines Besseren besonnen und hat jetzt was anderes hochgeladen, er ist nämlich zum Tierretter geworden. Das kann man so sagen. Wir sehen jetzt hoffentlich, wie er ein besonders kleines, possierliches Tierchen rettet aus dem Pool. Scheiße, ey! Scheiße! Unter Einsatz seines eigenen Lebens, muss man sagen. Eine Wespe ist das glückliche Wesen, das von Til Schweiger gerettet werden darf. Ist das nicht süß? Ich will die Wespe groß sehen. Komm, 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 zeig, lass laufen, lass laufen, lass laufen. Sieht man das noch? Doch, man sieht es. Die Mörderwespe, gerettet. Vielleicht kriegt Sven eine Panik. Nein. Unser alter Alarmiker. Vor allem, wir trinken gerettet. Meine Tochter hat aber nichts auch gemacht, die rettet auch Wespen immer. Das war aber auch eine Schlupfwespe, die sind nicht ganz so schlimm. Das habe ich sofort erkannt. Die sind nicht so fies wie die Jaja-Guten. Ja, ja, okay.